Neues Event! Es gibt mal wieder ein neues Event. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und bevor wir zum neuen Event kommen, möchte ich nochmal allen meinen 1850 Abonnenten danken. Ich danke allen meinen treuen Abonnenten, die jahrelang zu mir gehalten haben und diesen Kanal mit aufgebaut haben. Und ich danke natürlich auch allen neuen Abonnenten und hoffe, dass ihr genauso treu seid bei Events mitmacht wie diesem hier. Und natürlich dann auch möglichst viel Spaß mitbringt und eure Projekte vorantreibt. Das wäre doch alles cool. Und dann kommen wir auch schon zur Sache. Ich hatte ja vor kurzem, mehr oder weniger, ist auch schon wieder drei Wochen her, die Boss Challenge gemacht vom RPG Maker und da konntet ihr den RPG Maker MZ bekommen, gewinnen, was auch immer. und naja, Speedy fand die Idee voll cool und naja, sie kam angerannt wie eine kleine Rennmaus und hat eine neue Idee mitgebracht, ein neues cooles Event. Und ich dachte mir so, ja, Speedy, das klingt cool, ich mach mit. Warum auch nicht? Speedy hat eine richtig, richtig, richtig coole neue Event-Idee gemacht und das Ganze ist in der Steam-Gruppe zu finden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, aber auch in meinem Kanal findet ihr jetzt neu den Button zur Steam-Gruppe und in der Kanal-Info natürlich auch den Link zur Steam-Gruppe. Also ihr klickt hier einfach auf den Button oder unten in der Videobeschreibung auf den Link, da drückt ihr drauf, dann kommt ihr zur Steam-Gruppe. Die hat Speedy gegründet und dementsprechend organisiert auch Speedy das Event, aber mit mir zusammen. Das Event findet ihr unter Diskussionen, unter Community Events und dann ist es hier gleich angeheftet, ist auch das einzige Event derzeit und das ist das Release Community Party Event und das können wir uns gut und gerne mal durchlesen. Gut. Also wenn ihr wollt, dass ich das Ganze komplett vorlese, dann bleibt einfach dran, dann müsst ihr das nicht selbst lesen und vielleicht ergänze ich noch ein bisschen was und heitere euch noch zwischendurch ein bisschen auf mit irgendwelchen blöden Sprüchen oder ihr lest euch das einfach schnell selbst durch und macht mit. Dann klickt ihr einfach wie gesagt auf den Link, ihr kommt hier in die Gruppe, dann schließt ihr einfach das Video oder lasst es im Hintergrund laufen oder stellt mich auf stumm oder was auch immer und dann würde ich sagen, lest euch das Ganze durch und macht mit. Oder wie gesagt, ihr bleibt dran und dann lese ich das jetzt durch. Ähm, vor. Durch sowieso, aber vor natürlich. So. Speedy Underwood. Ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so ist, ähm, dass ihr Name nicht Speedy ist und nicht Underwood. Okay, Spaß beiseite. Ähm, Release Community Party Event. Willkommen zum ersten Community Event dieser neuen Gruppe zum RPG Maker MZ. Auch wenn ihr nicht RPG Maker MZ Nutzer seid, könnt ihr gut und gerne zu Ende zuhören und auch dieser Gruppe beitreten. Es geht hier auch um andere RPG Maker. Also bleibt ruhig dran. In Kooperation mit DonF204, das bin ich, könnt ihr euch mit etwas Glück ein wenig Steam-Guthaben oder falls ihr noch nicht habt, den alten MV sichern. Aber erst einmal die allgemeinen Regeln. Oh, immer gibt es Regeln. Uwo. Eure Aufgabe ist es, das Ende eines Spiels zu entwickeln zu einer Geschichte, die weiter unten steht. Dieses Ende sollte nicht länger als eine Stunde gehen, da der Don diese Spiele ebenfalls in seinen Livestreams präsentieren wird und es einen zeitlichen Rahmen braucht. Außerdem sollte man schon sehen, dass ihr euch Mühe geben habt. Bei so einem 5 Minuten hingeklatschten Projekt behalten wir es uns vor, dieses auch zu disqualifizieren. Man sollte es schon mindestens 15 bis 20 Minuten spielen können. Allerdings könnt ihr euch so kreativ ausleben, wie ihr wollt. Es kann ein klassisches Ende sein, eine kleine Fortsetzung der Geschichte, ein Plottwist oder eine Event-Cutscene. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Es könnten zum Beispiel auch Minispiele sein, die man halt mal so eine Viertelstunde spielt oder so oder halt bis zu einer ganzen Stunde. Aber das werdet ihr dann sehen. Unten steht die Geschichte und dann wird euch vielleicht was einfallen. Ihr habt ja auf jeden Fall noch Zeit. Werdet ihr gleich sehen. Gleich kommt das Datum. Bald. Erstmal kommen die Preise. Ihr dürft jeden RPG-Maker nutzen, der auf Steam verfügbar ist. Aus allen Teilnehmern, die die Regeln einhalten, werden dann zufällig drei verschiedene Plätze gezogen, die jeweils einen Steam-Gutschein gewinnen können. Einmal 25 Euro, einmal 10 Euro und einmal 5 Euro. Yay! Okay. Das Ganze wird von mir und Speedy gesponsort natürlich. Wir haben da zusammengelegt und wir vergeben euch die Preise. Ich hoffe, ihr freut euch da ein bisschen, dass ihr ein bisschen was bekommt für eure Arbeit. Wäre ja auch traurig, wenn nicht. Und ja, ich hoffe, dass ihr mitmacht natürlich. So. Und dass ihr euch freut, dass ich überhaupt mein privates Vermögen, in Anführungszeichen, für solche Sachen hier aufopfere, habe ich ja bereits bei der Boss-Challenge auch schon gemacht. Und jedem, dem das hier gefällt, könnt ihr auch mal einen Daumen nach oben dalassen. Gut. Und jedem, dem das nicht gefällt, schreibt bitte in die Kommentare, warum nicht. Das wäre für mich dann am besten. Zudem möchte ich euch bitten, anzugeben, ob ihr auf Steam schon den RPG Maker MV besitzt. Vielleicht gibt es ja ein paar unter euch, die den 2003 XP, VX oder VXA haben und sich den MV nicht leisten können. Für diejenigen verschenke ich noch eine Kopie des älteren MV-Programms an denjenigen, den ich persönlich am kreativsten finde und der den MV nicht besitzt. Ich werde im Livestream dann ebenfalls anwesend sein und mir das Ganze mit anschauen. Also Speedy, sie wird dann im Stream dabei sein, sich die Spiele angucken und dem kreativsten, der den MV nicht besitzt, den MV dann schenken. Also strengt euch an, seid kreativ, wenn ihr den MV noch nicht habt und sucht euch dann einfach mal eine richtig geile Idee aus, arbeitet dran, zeigt, was ihr könnt und dann gewinnt ihr auch diesen schönen RPG Maker MV. Der ist wirklich gut, Leute. Also das ist schon ein Preis, den kann man schon haben. Da es sich um ein Community-Event dieser Steam-Gruppe handelt, ist ebenfalls eine Voraussetzung, dass ihr euch in dieser Steam-Gruppe anmeldet. Oder, dass ihr auch in dieser Steam-Gruppe seid, steht hier. Ich habe das falsch vorgelesen, tut mir leid, Leute. Ähm, ja, wie gesagt, einfach hier oben Gruppe beitreten. Ist nicht so schlimm, tut nicht weh. Ihr seid sowieso bei Steam schon angemeldet, da könnt ihr euch auch noch in dieser Gruppe anmelden. Tut nicht weh, ist komplett for free und theoretisch könntet ihr euch nach dem Event auch wieder abmelden. Aber, warum? Bleibt einfach dabei, ist doch eine coole Sache. Ähm, genau. Euer Projekt sollte dann übrigens den Namen eures Steam-Anzeigenamens haben. So kann ich später leichter die Gewinner zuordnen. Die Projekte, die ihr entwickelt, sollten auf irgendeiner Weise an den Donnen geleitet werden. Also, an mich. Wichtig ist, dass diese Projekte der Donnen als allererste spielt. Es soll vorher nirgendwo anders veröffentlicht werden. Ähm, wenn ihr mir die Projekte zusenden wollt, in der Videobeschreibung hier unter diesem Video findet ihr passende Kontaktmöglichkeiten. Alles mögliche Twitter, Instagram, Facebook, ähm, oder im Forum, oder einfach direkt hier auf Steam, in Discord natürlich. Das wäre natürlich am optimalsten vielleicht. Ähm, das wären so die Optionen. Ihr habt dafür fast einen ganzen Monat ab heute Zeit. Abgabetermin ist Freitag, der 18.09.2020. Also, habt ihr da wirklich einiges an Zeit. Guckt euch das an, wie viel Zeit da ist. Also, holla die Waldfeder. Also, wenn ihr das nicht schafft, dann weiß ich auch nicht. Gut. Ähm, denkt euch was Kreatives aus. 15 Minuten mindestens. Eine Stunde maximal Spielzeit. Und dann gibt es mir am Freitag, den 18. September 2020 ab. Würde ich mich freuen. Hier steht keine Uhrzeit. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass Abgabezeitpunkt dann bis 23.59 Uhr ist. Und ab 0 Uhr dann, also quasi ab dem nächsten Tag, 19.09. dann keine Abgabe mehr möglich ist. Also, denkt an den Abgabetermin. Vergesst ihn nicht. Am Samstag und Sonntag darauf, 19.09.2020 und 20.09.2020 wird der Livestream von Don hier stattfinden. Das ist dann mein YouTube-Kanal. Den, ja, kennt ihr bereits, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sonst wärt ihr nicht hier. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Wäre sehr sinnvoll, sinnvoll, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht das Event. Und natürlich, wenn möglich, auch noch auf die Benachrichtigungsglocke drücken, auf die Notification-Bell und dann verpasst ihr sowieso nichts mehr von mir. Auch keine Tutorials etc. pp. Und so stehen dann auch am 20.09.2020 ein Monat nach Releas des MZ die Gewinnerfest. Noch einmal zusammengefasst, das Ende eines Spiels zur Geschichte unten entwickeln. kreativ. Es soll maximal eine Stunde lang sein. Es soll mindestens 15 bis 20 Minuten lang sein. Teilnahme-Schluss ist der 18.09.2020. Euer Ende soll an den Don geschickt werden, ohne dass es vorher veröffentlicht wurde. Ihr könnt euch deswegen mit ihm auseinandersetzen. Die Spiele könnt ihr dann live, wenn ich sie spiele, auch gerne veröffentlichen und von mir aus auch die Links zum Beispiel bei mir in den Discord-Server posten oder hier in diese Steam-Gruppe posten. Das wäre vielleicht noch optimaler. Einfach überall posten, wo ihr das möchtet, während ich diese Spiele dann spiele. Dann können wir alle gemeinsam spielen. Das wäre auch cool. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Aber vorher nicht. Bitte. Es soll mit angegeben werden, ob man den RPG Maker M wie schon auf Steam besitzt. Man sollte Mitglied dieser Steam-Gruppe sein. Nicht nur sollte, man muss. Wer nicht Mitglied in dieser Steam-Gruppe ist, wird auf jeden Fall ausscheiden. Das werde ich dann vorher noch mal kontrollieren, bevor ich den Stream starte. Dann am 19. und dann alle Spiele, die eingereicht wurden, alle Projekte dann disqualifizieren, wenn ihr hier nicht Mitglied seid. Der Livestream und die Verlosung sind am Wochenende darauf. 19.09.2020 und 20.09.2020. Genaue Uhrzeiten gebe ich dann bekannt. Auf jeden Fall denke ich mal, dass ich dann Nachmittag jeweils streamen werde und vielleicht sogar noch abends, je nachdem, wie viele Projekte eingereicht werden. Das muss ich dann zeitlich abschätzen, wie viel Zeit ich dafür brauchen werde. So, und nun zu der Geschichte, die ihr zu Ende schreiben sollt. Hier ist ein Link eingebettet, der nicht ganz funktioniert, weil Steam ihn blockiert. Aber das ist kein Problem. Da braucht ihr keine Angst haben. Wie ihr seht, das ist nichts Schlimmes. Das ist nur das Make-Up-Pendium. Und das ist ein Link zu Alex. Und dazu kommen wir gleich. Anmerkung, lol. Ich habe keine Ahnung, warum Valve den Link als bedrohlich identifiziert. Er geht einfach nur zum Make-Up-Pendium. Wenn ihr dem Link nicht vertraut, googelt euch die Seite einfach, wenn ihr Alex nicht kennt. Seit der legendäre Held Alex, das ist dieser hier, vor 20 Jahren auf seine abenteuerliche Reise gegangen ist, hat er sehr viel erlebt, unzählige entführte Mädchen gerettet, dreifach so viele Dungeons bestritten, bestritten, Entschuldigung, und ebenso viele Happy Ends erlebt. Nun ist er schon so lange auf Reisen und fast jeder kennt seine Geschichten. Da ist es für ihn an der Zeit, anderen das Feld zu überlassen und in den Ruhestand zu wechseln. Er hat einen letzten Plan, sein letztes großes Ding, bevor er in die Geschichtsbücher eingeht und den krassesten Ruhestand genießen kann, den sich ein Boomer-Held aus den 2000er Jahren nur wünschen kann. Dies ist sein letztes Abenteuer. Doppelpunkt. Und das schreibt dann ihr. Und ich bin sehr gespannt, wie sein letztes Abenteuer aussieht. Wie stellt ihr euch das vor? Sein allerletztes Abenteuer vor dem Ruhestand. Was erlebt er? Was hat er vor? Und das ist eure Aufgabe. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da rausholt. Natürlich müsst ihr, hier Alex, müsst ihr nicht diese Grafik hier verwenden, um Gottes Willen. Das müsst ihr natürlich nicht. Wenn ihr nicht den ABG Maker 2000 verwendet, zum Beispiel den MV oder den MZ, dann könnt ihr hier auch die Charaktereditoren benutzen und ähnliche Charakter bauen. Oder ihr nehmt vorgefertigte Charakter, die schon ein bisschen ähnlich aussehen, wie unser fetter Freund. Warum sage ich fetter Freund? Ich habe keine Ahnung. Unser guter Freund meinte ich natürlich gut. Unser guter Freund Alex. Also hier braune Haare, blaues Pixel-Klamotten-Ding, keine Ahnung, was das darstellen soll. Ja, das werdet ihr schon hinbekommen, denke ich mal. Und wenn ihr da ein bisschen umfärbt bei irgendwelchen anderen Charakteren, die ihr toll findet, ist das ja auch nicht schlimm. Hauptsache sieht es so ein bisschen ähnlich aus. Kann natürlich auch ein bisschen älter aussehen, weil er ist ja auch schon in die Jahre gekommen, wie man hier lesen kann im Text. Also ihr könnt da auf jeden Fall kreativ werden. Er kann natürlich auch jung geblieben sein. Auf jeden Fall. Wie gesagt, denkt euch was aus. Eine schöne Geschichte für sein letztes Abenteuer. Ich bin sehr gespannt und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitmacht bei dem Event. Ja, das war es dann eigentlich soweit von mir. Und wenn es noch irgendwelche Fragen dazu gibt, schreibt einfach in die Kommentare. Entweder bei mir unter dem Video oder hier irgendwo dann in irgendwelchen Diskussionen innerhalb des Forums oder schreibt einfach Speedy an. Sie ist da eigentlich auch sehr zugänglich, denke ich mal und wird euch nicht den Kopf abreißen. Habe ich jetzt zumindest noch nie den Eindruck gehabt. Also ich hatte noch nie Probleme mit Speedy. Speedy ist cool. Gut, das war es soweit von mir. Und ich hoffe, dass ihr mitmacht. Ich werde euch noch ein paar Mal erinnern an das Event, damit ihr den Abgabetermin nicht verpasst. Aber versucht auch ein bisschen selbst dran zu denken. Überlegt euch eine coole Idee. Ihr habt ja Zeit. Aber vergesst nicht, auch Zeit ist eine begrenzte Ressource. Also ihr müsst immer bedenken, nicht, dass ihr jetzt drei Wochen überlegt, was ihr vielleicht für ein cooles Projekt machen könnt und dann fällt euch was richtig, richtig Tolles ein und dann schafft ihr es zeitlich vielleicht nicht mehr. Also ihr solltet da vielleicht versuchen, nach Möglichkeit, möglichst zeitnah eine schöne Idee zu finden und dann daran zu arbeiten. Also ich denke mal, das sollte alles soweit verstanden sein. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach bei mir unten in die Kommentare oder ihr fragt Speedy oder ihr könnt mich auch persönlich fragen. Links dazu sind ja in der Videobeschreibung. Wie gesagt. Gut, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinem Discord-Server beitretet und natürlich auch ein Abo da lasst, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und ja, lasst ein Like da und wir sehen uns dann im Livestream hoffentlich. Also Tschüssi-Li.